Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr hört den Spotfight-Podcast und die finale Countdown-Ausgabe, bevor es dann im Oktober mit unserem vollen Programm losgeht. Ihr könnt uns hören auf Spotify, auf iTunes oder im Podcast-Player eurer Wahl. Viel Spaß beim Zuhören. Es ist bald soweit. Der Spotfight-Podcast startet mit vollem Programm nächste Woche. Ich bin mega gehypt auf das, was kommt. Wir werden ordentlich abliefern, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Spotfight-Podcast, der Wrestling-Podcast mit Catchern, Journalisten, Experten und denen, die es werden wollen. Es ist wirklich ein Traum. Herzlich willkommen hier bei diesem Podcast. Schön, dass ihr zur letzten Episode von Countdown hier noch reingeschaltet habt. An meiner Seite, um über die letzten wichtigen Infos zu sprechen, ist der Tobi. Ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag, die letzten wichtigen Infos und die letzten wichtigen Ausblicke. Denn ihr werdet heute unter anderem erfahren, wie sieht denn das Spotfight-Schedule aus. Also was könnt ihr hier erwarten? Wir haben ja schon das ein oder andere hier hochgeladen. Unter anderem eine SummerSlam-Review mit über 20.000 Aufrufen. Also viele sind schon angekommen, noch nicht alle. Bald sind ja die Podcasts nicht mehr beim Jonathan zu hören. Ja, und dann werdet ihr erfahren, wie sieht denn unser Vollzeitprogramm aus. Und dann hoffen wir, dass ihr in der nächsten Wrestling-Woche, die ja ziemlich historisch zu werden scheint, auch alle mit dabei seid. Hoffen wir auf jeden Fall. Wir wollen direkt rein starten und euch erzählen, was ihr erwarten könnt in der nächsten Woche. Wir haben einen wöchentlichen Plan und wir werden sozusagen alles reviewen, was irgendwie relevant ist, kann man sagen. Aber es wird nicht nur Reviews geben. Natürlich habe ich viele Nachrichten erreicht. Wird der Björn noch dabei sein? Wird es noch Raw vs. Smackdown Reviews geben? Raw vs. Smackdown Reviews als dieses Format speziell werden eingestellt. Aber es wird vielleicht und ich würde sogar sagen wahrscheinlich sogar noch besser. Denn wir werden Raw vs. Smackdown jetzt aufteilen als Reviews. Und natürlich Björn und meine Wenigkeit. Wir werden die weiterhin zusammen machen. Zumindest im Regelfall. Die erste Smackdown Episode werde ich mit dem Tobi besprechen. Aber Björn und ich sind gesetzt für Raw vs. Smackdown. Raw Review am Dienstag und die Smackdown Review möglichst am Samstag. Und ja, da ist es denke ich dann auch nochmal leichter über die Shows zu sprechen. Weil bei einer Raw vs. Smackdown Review war immer so das Ding. Wir hatten dann Raw besprochen. Dann gab es ja auch sehr sehr lange die Pause dann im Patreon Teil. Und dann ging es noch so zu Smackdown und irgendwie war dann so ein bisschen die Luft draus. Weil es dann auch schon ein längerer Podcast war. Aber so haben wir jetzt wirklich wieder Feuer. Und ich kann euch sagen, Feuer hat auch der Tobi und vor allem sehr viel Leidenschaft für sein neues Format, was er uns präsentieren wird. Und das hat nicht so viel, würde ich sagen, mit einer Review überhaupt zu tun. Tobi, was hast du denn hier vor mit uns? Viele haben ja nach einer Art Seven Days Ersatz gefragt. Und das Format, mit dem ich dann jede Woche Mittwoch für euch am Start sein werde, das ist so eine Mischung aus Rückblick und wirklich dem Versuch, euch Abwechslung zu bieten. Ich werde mit einem Gast, der nicht immer aus unserem Team kommen wird, also ab und zu wird mal der Alex da sein, vielleicht auch mal der Mac. Aber ich nehme mir vor, Gäste einzuladen, die ihr vielleicht noch nicht so oft gehört habt. Und wir werden reden über das, was aktuell im Wrestling-Geschehen passiert. Und wir werden vor allem über das reden, was euch interessiert. Denn ihr könnt immer ein paar Tage, bevor der Podcast online geht, in einem Voting bestimmen, über was reden die zwei da eigentlich. So, und so wird der Podcast dann auch aufgeteilt sein, dass wir in einem Teil des Podcasts über eure bestimmten Themen reden werden und im anderen Teil des Podcasts auf eure expliziten Fragen eingehen werden. Das heißt, wir wollen eigentlich das Seven Days Format nochmal auf die nächste Stufe bringen, dass wir euch die Themen setzen lassen und dann aber gleichzeitig auch eure Fragen mit einbeziehen mit einem Gast, der, ja, denke ich, immer mal wieder interessante Blicke einbringen wird. Ich werde euch nicht ganz so viel verraten. Den ein oder anderen Gast werdet ihr kennen. Der andere, vielleicht kommt da auch mal jemand wirklich explizit aus der Journalistenbranche, zu dem ich Kontakte habe. Und so soll einfach ein bisschen Abwechslung gewährt werden. Und das ist das Format, was euch jeden Mittwoch erwarten wird. Die erste Ausgabe davon wird es geben am 2. Oktober. Vormittag wird das Ganze online kommen auf YouTube, Spotify und so weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört. 45 Minuten ist angepeilt für das Format und das soll so für die Mitte der Woche einfach mal ein Rückblick sein und euch einen kleinen Überblick geben, was passiert gerade im Wrestling und eben die Abwechslung mit einem Gast, der von Woche zu Woche variieren wird. Nur mich müsstet ihr da ertragen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Da freue ich mich auch schon drauf, weil das ein sehr innovatives Format ist, finde ich. Und die Woche auflockert, die ja sonst sehr Review basiert ist, weil es einfach zig Shows gibt, die wir hier natürlich auch besprechen wollen. Dafür haben wir natürlich unterschiedliche Teams. Wir haben jetzt am Dienstag die Raw Review von Björn und mir. Dann Tobis Format, bei dem sehr, sehr interessante Gäste übrigens am Start sein werden. Das kann ich hier schon mal spoilern auch. Und am Donnerstag kommt dann, vorausgesetzt es klappt, wir versuchen es immer am Donnerstag zu bringen, die AEW Review, Tobi wird sich mit TJ, Thumbtack Jack, Alex Pedranowski zusammensetzen, ehemaliger Wrestler und bei WWE auch hinter den Kulissen aktiv gewesen. Und die beiden werden über AEW sprechen und natürlich dann auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird NXT ausgestrahlt. Und das schnappen sich Damek und Shaggy, beziehungsweise wenn Shaggy mal nicht kann, weil der ist ein sehr, sehr vielbeschäftigter Typ, dann werde ich mit dem Mac über NXT reden. Es ist dann immer die Frage, was nehmen wir zuerst auf? Schaffen wir es zuerst, AEW aufzunehmen? Schaffen wir es zuerst, NXT aufzunehmen? Und das verteilt sich dann auf Donnerstag und Freitag. Und dann gibt es natürlich auch noch die Wochenenden mit Groß-Events. Und da steht ja dann schon in der ersten Woche tatsächlich was an. Hellenest Cell findet ja vom 6. auf den 7. Oktober statt. Wie machen wir es denn bei den Groß-Events? Was wird da die Team-Aufteilung sein, Tobi? Bei den Groß-Events werden wir es einfach mal so machen, dass die das Übernehmen die Zeit haben. Also mit Catchen haben wir ja alle irgendwie so ein bisschen zu tun. Und die Resonanz auf unser Team war ja auch sehr positiv insgesamt. Und wir schauen mal, da werden wir euch bunte Konstellationen mal zusammenstellen. Da wird es Teams geben, die es so vielleicht noch nie gab. Aber das ist ja auch das Spaßige daran. Und das Schöne an unserem Roster in An- und Abführung. Also bei den Pay-Per-Views gibt es keine gesetzten Konstellationen, so wie wir es uns für die Wochenschows vorgenommen haben. Aber ja, wir schauen mal, wer da Zeit hat. Also ihr könnt euch denken, der Björn zum Beispiel, der die Pay-Per-Views so ziemlich immer live schaut, der wird sicher da mit eine große Rolle spielen. Und wir gucken mal, wer sich erdreistet, die Pay-Per-Views zu schauen. Ich bin da sehr, sehr gespannt auf jeden Fall, welche Teams sich da zusammenstellen werden. Vielen Dank übrigens für euer Feedback bislang. Vor allem auf Thumbtack Jack und auf Damek war das Feedback natürlich großartig. Also da glänzen die beiden mit Expertise. Ich habe es auch sehr genossen, die Podcasts von den beiden bislang anzuhören. Und es wird natürlich großartig, die auch jede Woche in ihren Formaten zu hören. Dann NXT und AEW, beziehungsweise dann auch TakeOver, AEW Pay-Per-View, WWE Pay-Per-View. Es gibt so viele Shows zu besprechen. Und wir werden natürlich über das Wrestling-Geschehen updaten hier im Podcast. Lass uns doch mal, lass uns ganz kurz, ich werde dich an dieser Stelle kurz unterbrechen. Wir können jetzt einmal kurz eine Glass-Ceiling brechen. Und ich kann dir mal eine Frage stellen, über die wir gerade im Voraus noch gar nicht so geredet haben. Aber da könnten wir jetzt einfach mal spontan gerade noch drüber reden. Wenn wir jetzt hier sehen, in der kommenden Woche, NXT wird ja richtig, richtig viel auffahren. Drei Titelmatches, also fast alles steht dort auf dem Spiel. Die AEW-Show, wie ist langfristig der Plan bezüglich einer möglichen AEW vs. NXT-Review? Weil ich habe mir gerade so gedacht, da musst du halt jemanden finden, der AEW schaut, der NXT schaut. Die werden zur gleichen Zeit ausgestrahlt. Das sind dann vier Stunden catchen und der das Ganze dann am Folgetag noch aufnehmen kann. Das ist gerade so ein bisschen das, was mir durch den Kopf geht. Und vielleicht, weil die Frage beim einen oder anderen Hörer aufkam, so mein Argument dafür wäre, warum wir es erst einmal bleiben lassen. Eine Raw vs. Smackdown-Review hat Sinn gemacht, weil zwei Shows an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, die kann man am Mittwoch super gut reviewen. Das hat ja jetzt auch wirklich super geklappt. Jede Woche, für Jahre hinweg, das ist auch so crazy. Konstanz nennt sich das, Konstanz. Und die wird es natürlich beim Spotify-Podcast auch geben. Genau, aber das ist gerade das, was mir durch den Kopf gegangen ist. Und ich dachte, nehme ich doch vielleicht mal die gedanklichen Fragen, die dem einen oder anderen gerade durch den Kopf geschossen sind, mal auf und bringe das hier ein. Also wie gesagt, weil AEW und NXT gleichzeitig stattfinden, wir den Podcast zeitnah aber deliveren wollen. Wenn es aber schwierig wird, zwei Menschen jede Woche zu finden, die sich vier Stunden catchen, da schnell um die Ohren schlagen können. Ich glaube, das ist eher der Grund, warum wir damit mal zumindest noch warten. Ich bin da völlig bei dir. Also das ist leider aktuell nicht umsetzbar, weil es einfach auch so viel Content ist, den wir da einmal produzieren, aber auch gucken müssen. Von daher, wir können ja in den einzelnen Reviews mit den einzelnen Teams, die sind ja auch quasi voneinander separiert. Das ist ja dann auch nochmal interessant, weil da dann vielleicht so ein bisschen der Konkurrenzkampf in Anführungszeichen ist, wer delivert die bessere Review. Da kann man ja dann auch nochmal in den individuellen Teams vergleichen, was jetzt besser war. AEW oder NXT, wenn dann wirklich jemand beides gesehen hat. Ja, das kann man natürlich da auch mit fokussieren. Im November gibt es dann die Spotfight Survivor Series. Raw versus AEW oder WWE gegen AEW. Bedeuten dann Siege und Niederlagen was? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, alle gehen als Gewinner raus. Das ist vielleicht das, was man grundsätzlich aus allem festhalten kann. Also ich finde es schön, dass jetzt zumindest der Ton auch unter den News-Videos und so weiter nicht mehr ganz so rau ist. Es gab eine Zeit, da muss ich sagen, haben sich Leute wirklich mit Schlamm beworfen mit AEW und NXT und so weiter. Und jede Aussage gegen NXT wurde in einer Aussage für AEW umgedeutet. Ich habe das bei der NXT-Review letzte Woche schon gesagt, die ihr auch hier auf dem Kanal hören könnt. Es geht, glaube ich, hier insgesamt darum, dass wir alle als Wrestling-Fans profitieren und nicht, wer den anderen das Produkt am miesesten reden kann. Von daher, jeder soll das genießen, worauf er Bock hat. Und wir werden euch das begleitende Programm zu all dem geben, was jetzt ansteht. Es ist wirklich derzeit wieder eine Phase, in der Wrestling einen Wandel nimmt, wie es seit Jahren nicht mehr der Fall war. Und es gibt derzeit wirklich sehr viele Gründe, sich Gedanken zu machen, warum ist Wrestling eigentlich wieder relevant? Warum ist das so? Und wir werden das für euch Woche für Woche in den Reviews aufgreifen und nehmen euch da sehr gern mit in diese dynamische Zeit, die ja jetzt anzubrechen scheint. Tobi, hype uns nochmal kurz auf die nächste Woche im Wrestling. Da geht ja so viel ab. Also ich würde persönlich sagen, es ist die historischste und hoffentlich auch die geilste Wrestling-Woche der Geschichte. Mal sehen, ob es da wirklich so wird. Aber was da abgeht, ist ja wirklich mind-blowing. Richtig. Also wir starten mit Raw, mit dem Season-Opening. Es gibt ein Universal-Championship-Match, was angekündigt ist zwischen Seth Rollins und Rey Mysterio. Dann haben wir am Mittwoch jeweils NXT und AEW. Bei AEW das Women's Championship-Match zwischen Rio und Nyla Rose. Und generell einfach über 10.000 Bekloppte, die dann versuchen, diese Show zu genießen und genießen werden. Wir schauen mal, was da auf uns wartet. Also das ist natürlich der große TV-Start von AEW, der viele interessiert. Parallel dazu NXT mit drei Titelmatches. Also es ist eigentlich auch ein Pay-Per-View, den NXT da gegen AEWs Wochenshow setzt. Und dann haben wir natürlich SmackDown auf Fox, wo einmal dann die Frage ist, was passiert bei SmackDown selbst? Wie sehen die neuen Stages aus bei WWE? Wie wird SmackDown auf Fox präsentiert? Wir haben ein Leather-Match. Kevin Owens gegen Shane McMahon. Wir haben Brock Lesnar gegen Kofi Kingston in einem WWE Championship-Match. So, dann haben wir am Sonntag Hell in a Cell. Also es passiert so unfassbar viel in der kommenden Woche. Und was noch dazu kommt, zu diesen Shows, ist natürlich auch noch dann die Analyse. Wie sieht es überhaupt mit den Quoten aus? Wie verhält sich das bei NXT und AEW? Wird NXT die Quote von über einer Million halten können? Wie viele Zuschauer schalten bei AEW ein? Wie sieht es überhaupt mit Fox und SmackDown aus? Geht man echt auf die 4 Millionen und verdoppelt die aktuelle Zuschauerzahl? Gibt es eine Enttäuschung? So viele Fragen. So viele entscheidende Fragen. Und wir werden für euch darüber diskutieren. Es gibt keine bessere Woche, um dieses Podcast-Programm zu launchen. Also wir haben uns da wirklich ausgesucht. Wir werden eine Themenflut erleben wie seit Jahren nicht mehr. Und ich glaube, uns geht es allen gleich im Team. Wir haben richtig Bock drauf. Und wir hoffen, dass wir euch dafür auch begeistern können. Vielen Dank auch an jeden, der diesen Kanal schon abonniert hat. Der uns auf Spotify verfolgt, auf iTunes. Und hier regelmäßig reinhört. Das ist natürlich super. Vielen Dank also schon mal bis dahin. Ihr könnt uns gerne, wenn ihr uns unterstützen wollt, noch abonnieren. Wirklich und teilen hier auf allen Plattformen und Kanälen. Dass das hier wirklich nochmal eine zusätzliche Reichweite bekommt. Weil es ist jetzt schon cool. Wir haben schon so eine Grundreichweite aufgebaut. Und wir freuen uns über jeden, der hier mit dabei ist. Aber trotzdem ist da noch Luft nach oben. Eine iTunes-Bewertung mit 5 Sternen. Ein Twitter-Post, in dem ihr den Podcast teilt und euren Freunden empfehlt, wenn ihr es wirklich feiert. Das hilft, das Projekt nochmal aufs nächste Level zu heben. Und das ist wirklich der Support, den wir gerade brauchen, auch zum Start für dieses Format. Also könnt ihr euch gerne nochmal ins Zeug legen, wenn ihr möchtet. Und da den ein oder anderen Podcast teilen. Wir werden es auch kommen. Ganz genau. Tobi, hast du noch was los zu werden? Ich freue mich. Das ist hoffentlich durchgeklungen. Und was nächste Woche passiert, mind-blowing. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Dann würde ich sagen, hören wir uns schon am Dienstag zur Raw-Review wieder. Und dann wird es wirklich Schlag auf Schlag gehen. Ihr seid dabei, wir sind dabei. Ihr freut euch, wir freuen euch. Fast. Schade. Ihr fucked up Chance zum Ende des Podcasts. Aber guck mal. Wrestler, Experten, Journalisten. Aber wir verlieren nicht den Bodenkontakt. Wir sind auch nur Menschen. Also wir werden euch kein glatt gebügeltes Produkt liefern. Auch wir machen Fehler. Von daher eine Abmoderation. Mit einem sympathischen Stolpersteinchen. Ganz genau, Tobi. Hast du hier noch eine Abmoderation zum Besten zu geben? Meine ist ja fehlgeschlagen quasi. Nee, dann versuche ich das halt jetzt. Die hat den Kick-Out bei zwei gebrannt. Ja. Ja. Und dann bringe ich den Fast Town. Sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.